Da und hier sind wir. Jetzt kannst du so gut weggehen. Vielleicht darfst du. Das war da vorhin. Hier sind wir noch. Hier sind wir noch. Wir machen noch nicht. Hier kann man ihn noch nicht sehen, weil ich auf dem anderen Deck bin. Denn heute Abend ist er sowieso wieder dran. Ja, leider. Doch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aber guck mal, die ganz klein sind. Und dann ist das Schiff. Das ist nochmal voll, ganz ordentlich. Oh, schade, die Kamera kommt nicht so gut. Oh mein Gott, das ist nochmal voll was anderes, Alter. Das sagt doch, das ist traumhaft. Na, ich habe auch gesagt, das ist traumhaft, aber ist halt, also erstmal muss das erst richtig sehen, selber. Weißt du? So schmied. So schmied. So schmied. Jetzt ist der Platz weg, den wollte ich da hin. Ich glaube, in Norwegen finde ich es noch schöner als Dänemark. Einfach mehr Dänemark. Nein, Dänemark finde ich trotzdem ganz schön. Es ist halt anders schön. Ja, es ist anders schön. Es ist strahlend. Im Frühling muss es sein. Es ist nicht so früh, aber ich weiß nicht. Ich denke, ich mache es genau. Es ist egal, aber in Norwegen. Norwegen im Frühling. Es ist bestimmt auch so schön. Ich mag doch nicht. Oder im Sommer. Da flug anderen Wagen. Ja, genau. Aber dann weiter hoch nach Trommsee. Nordkamp. Da waren wir ja sowieso hin. Ich bin zum Nordkamp. Irgendwann. Das ist immer schön, wie ich mich brauche. In Norwegen da zu wohnen. Ein Traum. Es sind einfach die ganzen Inseln. Ich bin von den Inseln fasziniert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020